Das Wichtigste zuletzt. Ja, auch Jesus hat das Wichtigste am Schluss gesagt, der sogenannte Missionsbefehl. Und wenn wir daran denken, kommt uns schnell, oh, geht hin in die ganze Welt, macht die Welt zu Jüngern, ist natürlich richtig. Aber der Missionsbefehl hat ja noch zwei andere Komponenten. Nämlich, indem er sie tauft, auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und, er geht es dann weiter, indem er sie lehrt, halten alles, was ich euch befohlen habe. Das heißt, da kommt noch etwas dazu. Interessant ist jetzt aber, dass Jesus nicht sagt, lehrt sie alles. Denn wenn das einfach so wäre, dann müssten wir halt einfach mehr Bibelschulen haben oder mehr YouTube-Kanäle und dann wäre doch alles in Butter. Aber das ist nicht die Aussage. Die Aussage von Jesus ist, lehrt sie, halten alles. Also nicht nur wissensmässig aufnehmen, sondern dass Menschen das umsetzen können. Das ist das Ziel von dem, was Jesus gesagt hat. Und wie sieht das in der Praxis aus? Oder bin ich der, der jetzt jemand mit an meine Seite nimmt? Oder lehre ich nur rein wissensmässig? Oder in der Theorie ist es ja einfach. Das heißt, ich nehme jemanden beiseite, die Person schaut mir mal zu im ersten Schritt. Dann im zweiten Schritt macht die Person etwas in dem Sinne, dass sie mir hilft. Im dritten Schritt macht es die Person dann an sich selbst und ich helfe einfach noch. Und im vierten Schritt macht es die Person dann selbst und ich schaue nur noch zu. Und bei jedem Schritt geben wir selbstverständlich ein Feedback. Das ist in der Praxis eigentlich klar, wie man dieses Halten umsetzt. Nur in der Umsetzung ist es schwierig. Denn wo finde ich den Menschen, wo ich ganz konkret sagen kann, komm du auf meine Seite, beobachte mich mal zu einem halben Tag. Wir können miteinander austauschen. Wo geschieht denn das? Ja, nehme ich mir überhaupt die Zeit? Bin ich bereit dazu, Zeit zu investieren, jemanden so an meine Seite zu nehmen? Hey, lasst uns dafür beten, dass wir Mut haben, Menschen anzusprechen. Dass Gott uns Leute zeigt, denen wir nicht nur wissensmässig etwas mitgeben, sondern wo wir das halten. Das heißt, die Umsetzung bei der Person, dass wir uns darin investieren können. Nun, ein zweiter Punkt ist ja noch interessant, dass Jesus sagt, lehrt sie halten. Alles, alles. Das heißt, lehren wir wirklich alles? Und das wird mir dann schon so ein bisschen eine Not. Oder? Ich meine, wir haben ja die 52 Gottesdienste am Sonntag. Da können wir predigen und dann haben wir einige Jahre. Aber mit der Zeit kommen neue Leute. Dann beginnt alles wieder von vorne. Wo lehren wir wirklich alles? Ist dem wirklich so? Und dann ist im Gottesdienst ja die große Zielgruppe da. Da muss es ja immer ein bisschen einfach um die Umsetzung gehen. Aber wo verstehen Menschen die Zusammenhänge der Bibel? Wie hat Gott alles konzipiert? Wie baut es zusammen? Was für einen Einfluss hat das auf mein Leben? Wo kommt dieses Fundament, das eben über das hinausgeht, als dass man einfach gerettet ist? Wie könnten wir das anpacken? Und ich denke dann, Paulus, der sagt in Apostelgeschichte 20, als er die Ältesten von Ephesus gerufen hatte, und dann sagt er in Vers 20, Ich habe euch nichts vorenthalten, was nützlich ist, dass ich es euch nicht verkündigt oder gelehrt hätte, öffentlich und in den Häusern. Und in Vers 27 sagt er, Denn ich habe nichts unterlassen, euch den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. Oder dann auch 31, dass ich drei Jahre lang Tag und Nacht nicht abgelassen habe, einen jeder unter euch unter Tränen zu sinnprägen, ermutigen, zu ermahnen. Wow, er hat das umgesetzt, dass der ganze Ratschluss da ist. Wie setzen wir das um? Denke, in der Kirchgemeinde einen Entwicklungspfad zu haben, wo wir uns mit Dingen beschäftigen, die man vielleicht am Sonntag nicht erwähnt. Das wäre sehr zentral. In eine Bibelschule zu gehen, wäre sicher hilfreich. Oder einen YouTube-Kanal zu benutzen, wo man weiterkommt, sich weiterentwickeln kann. Und das brennt mir da schon im Herzen. Ich denke an die Stelle da von Amos 8, Vers 11, wo er prophetisch für die Zeit der Gemeinde, als auch heute, voraussagt, Siehe, es kommt die Zeit, spricht Gott der Herr, dass ich einen Hunger ins Land schicken werde. Nicht ein Hunger nach Brot oder Durst, nach Wasser, sondern nach dem Wort des Herrn es zu hören. Hey, lasst uns dafür beten, dass der Hunger in unserem Land, ja in unserem eigenen Leben zunehmen darf. Dass wir Hunger haben, das Wort zu lesen, es zu verstehen, dass wir tief verwurzelt sind in Gott und so, dass wir erst recht an andere an unsere Seite nehmen können, weil sie an uns nicht nur sehen, da ist Erkenntnis da, sondern weil Menschen an uns sehen, da ist ein verändertes Leben und das sollen Menschen mitbekommen. Nun, aber es bleibt ja eben nicht nur beim Lehren, sondern es geht ja eben gerade weiter, dass das Halten da sein kann. Und da frage ich mich persönlich, oder bei wem lasse ich mich denn Jüngern? Das eine ist, dass ich andere nachnehme, aber wo bin ich angedockt? Wem kann ich mich anschliessen? Wage ich es, jemanden mal zu fragen, du, darf ich mal da einen halben Tag mit dir zusammen sein? Erich Theiß hat mich mal eingeladen, als er für die Fernsehsendung Fenster zum Sonntag da eine Sendung machte und da fuhren wir zusammen eine Stunde hin, wir tauschten aus, ich sah dann seinen Dienst dort im Fernseher, auch das Technische rundherum war interessant und dann wieder eine Stunde zurück. Und dieser halbe Tag, der ist mir heute noch präsent, da kann man austauschen, man kann von einer älteren Person profitieren. Nun, Paulus sagt im 1. Korinther 4,15, dass wir zwar viele Zuchtmeister haben, also solche, die wissen, wie es geht, aber nur in der Theorie, aber wir haben nur wenige Väter und Mütter in Christus und das brauchen wir. Aber das beginnt damit, dass ich selber jemanden suche. Hey, lasst uns dafür beten. Gott, wo kann ich mich anhängen? Wo kann ich mal eine Zeit mit jemandem verbringen, das private Leben ein bisschen kennenlernen, den Dienst kennenlernen und dass ich mich so selber weiterentwickeln kann, um wiederum andere an meine Seite zu nehmen. Der Auftrag lauter klar, alles zu lehren, aber nicht nur lehren, sondern eben auch zu halten. Versuchen wir das umzusetzen. Lasst uns dafür beten. Das wird unser und das Leben von anderen Menschen rundherum ganz gewaltig verändern. Bist du mit dabei? Wir gehen gemeinsam vorwärts. Bis wieder.